Der in Aufgabe 12 skizzierte Kran besteht aus drei Teilen, 1, 2, 3, welche jeweils eigene Gewichtskräfte G1, G2 und G3 in den Schwerpunkten besitzen. Zu bestimmen ist nun, welche Kräfte auf jedes der vier Räder wirken, wenn die Last hier vorne mit konstanter Geschwindigkeit angehoben wird und eine Gewichtskraft G besitzt. Und in weiterer Folge die maximale Last, die dieser Kran hier heben kann, um in der dargestellten Position zu bleiben, ohne umzukippen. Hier haben wir wieder Teilschwerpunkte, also sprich Teilgewichtskräfte, die man in ein Freikörperbild bringen muss für den Block vorne, der da gehoben werden soll, für den Teil 1, 2 und 3. Und natürlich die Normalkräfte der Räder wiederum, die wieder zweimal vorhanden sind logischerweise. Also wenn wir uns das aufzeichnen, Koordinatensystem wieder, x, y und positive Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn. Und dann den Boden aufgezeichnet als Bezugslinie, den Punkt A, den Punkt S1, S2 und S3. Und da dazwischen ist B. Und da vorne irgendwo ist das Seil, also die Verlängerung des Seils von der Last, die gehoben werden soll. Also die Last hat den Schwerpunkt irgendwo da oben. Fangen wir von links an. Gewichtskraft G, der Last. Zweimal Normalkraft, der Vorderräder, Gewichtskraft des ersten Teils von dem Kran, zweiten Teil, dann die Normalkräfte auf die Hinterräder und Gewichtskraft auf den dritten Teil. Abstände brauchen wir natürlich wieder. Moment, ich habe gleich den Punkt A verwendet. Was gibt es da alles? Ja, in unserem Koordinatensystem positiv dreht, die Last mit dem Normalabstand A. Negativ ist Gewichtskraft G1 mit dem Normalabstand B. Ebenfalls negativ Gewichtskraft G2 mit B plus C. Gewichtskraft G3 B plus C plus D E. Und positiv zweimal die Normalkraft bei B mit dem Abstand B plus C plus D. Das ist wieder Null und ist die Gleichung 1. Und die Gleichung 2 ist die Kraftsumme in Y-Richtung, die ebenfalls wieder Null ergeben muss. Also minus G plus 2NA minus G1 minus G2 plus 2NB minus G3. Dann rechnen wir aus. Im Schnelldurchlauf am besten. Aus der Gleichung 1 kriegt man ein NB. Und ich schreibe das jetzt ganz komisch hin. Ich schreibe nämlich 5576,5 Newton minus 0,29 mal G. Das ist NB. Ja, das muss einmal so stehen. Und aus der Gleichung 2 kriegen wir das NA. Das ist 6226,5 plus 0,79 mal G. Warum mache ich das jetzt? Ja, wegen dem Punkt B. Weil es ist zuerst gefragt, die Kräfte auf die Räder bei einer gegebenen Last von 3,2 Kilo Newton. Dann ist aber noch gefragt, wie viel kann er heben, ohne zu kippen. Und dann braucht man natürlich ein freies G als Variable. Deswegen drücke ich NA und NB sofort als Funktion von G aus. Also mit G ist 3200 Newton. Dann kann man es direkt oben einsetzen. Und dann aber trotzdem auf Kilo Newton umgeformt, hat man das NB 4,6 Kilo Newton und NA 8,8 Kilo Newton. Und jetzt ist wieder eine Überlegung gefragt, nämlich wann beginnt das Ding zu kippen, wenn NB 0 ist. Wenn NB 0 ist, braucht er zumindest irgendwie an irgendeiner Störung, dass er kippt natürlich. Dann können sich ohne weiteres die Hinterräder hochheben vom Boden. Das heißt, wir setzen NB 0 und das bedeutet, wenn man da oben das NB nimmt und da einsetzt, wo ja jetzt das G drinnen steht, dass wir 5576,5 Newton minus 0,29 mal G gleich 0 haben. Also umgeformt ein G von 5576,5 Newton durch diesen Faktor 0,29, also 18,96 Kilo Newton. Kann er im Prinzip gerade noch heben, eigentlich besser nicht mehr.